Das ist irgendwie ansteckend. Man weiß zwar nicht genau als Kind, was ich es krieg, aber man spürt die Angst der Erwachsenen und das färbt sich eigentlich auf uns selber, auf das Kind auch irgendwie ab. Also ich habe ein anderes Ich-Bewusstsein dort in Portugal gehabt, fast schon eine, würde ich sagen, eine andere Identität. Ausgesucht. Wie die Viecher. Es ist schlimm. Ein Mensch gilt überhaupt nichts.